Heute haben wir eine ganz spannende Geschichte, wenn wir uns nämlich mal Alphabet anschauen. Da geht es heute mächtig in die Kiste, nachdem die ganzen Tech-Aktien überhin der Start ins Jahr ziemlich stark gelaufen sind, geht es heute mit Alphabet, also Google, 9% nach unten. Was ist da los? Ja, die haben, das ganz große Thema ist ja momentan künstliche Intelligenz, also diese Jet-Bots vor allem, Jet-GBT, die von Microsoft übernommen wurden und dass sie jetzt unglaublich Furore machen. Ich bin sicher, Sie haben davon schon gehört. Wenn nicht, das ist diese künstliche Intelligenz, der man Fragen aller Art stellen kann und die dann wissenschaftliche Ausarbeitungen schreibt, einem fundiertes Wissen angeblich geben soll und das den Markt der Interaktion mit dem Computer für die nächsten Jahre umkrempeln soll. Damit auch das Geschäftsmodell von Google durchaus gefährden kann, sagen viele. Ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt. Ich bin da noch nicht so weit. Untertitelung des ZDF, 2020